Hallo und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserem Themenwochenende zur Zukunft des Kinos, zugleich Abschluss unseres umfangreichen Begleitprogramms, das wir zu unserer Sonderausstellung Filmtheater seit November hier gemacht, veranstaltet haben und für diejenigen unter Ihnen, unter euch, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben, was ich zwar nicht glaube, aber man weiß es nicht, die ist nur noch bis zum 31. Mai zu sehen, also schnell sein heißt es. An diesem Themenwochenende widmen wir uns in Filmvorführungen, Präsentationen, Gesprächen und Diskussionen, verschiedenen Fragestellungen zur Zukunft des Kinos. Angesichts der aktuellen Veränderungen durch die Digitalisierung betrifft es sowohl die Präsentation als auch die Herstellung als auch die Wahrnehmung der Filme im Kino und wir wollen in diesen Veranstaltungen versuchen uns dem Thema anzunähern. Am gestrigen Freitag hatten wir mit Upload Cinema und dessen Initiator Dagan Kohn eine Initiative zu Gast, die nicht Kino ins Netz bringt oder Filme ins Netz bringt, sondern das Beste aus dem Netz ins Kino bringt. Im Anschluss gab es dann die erste Präsentation unseres neu gegründeten Filmclubs, Junger Filmclub Treppe 41, auch ein partizipatives Projekt und heute nun geht es weiter mit einer Präsentation und Diskussionsrunde, die sich den Orten des Kinos und der Fragestellung widmet, wo Filme oder Filmkultur in Zukunft stattfinden wird. Im Kino, im Netz oder im Museum, so hatten wir den heutigen Abend überschrieben. Diskutiert werden sollen über mögliche zukünftige Kinoorte, über die Rolle des Kinos in der zukünftigen Welt und über den Raum, in dem Filme irgendwann in der Zukunft zu sehen sein werden. Um das kompetent und möglichst facettenreich tun zu können, haben wir uns Gäste angeladen, die ich sehr, sehr herzlich begrüße. Das ist einmal Stefanie Schulte-Stratthaus, die Co-Direktorin des Arsenal-Instituts für Film und Medienkunst. Dann Nathalie Gravenor, die Mitgesellschafterin von ICE-Media und der Arthouse-on-Demand-Plattform Realize. Dann Gunter Deller, Kinobetreiber und Filmemacher und Stefanie Blappert, Kuratorin. Und in der Mitte sitzt Daniela Klok, Medienwissenschaftlerin. Sie wird dann gleich die Gäste noch ein bisschen ausführlicher vorstellen, als ich das tue und auch durch das Gespräch führen und durch den heutigen Abend führen. Aber da sie sich nicht selber vorstellen kann, werde ich das jetzt kurz übernehmen und ihre Arbeit kurz vorstellen oder ihnen ein paar Stationen ihrer Arbeit nennen. Sie hat Soziologie und Kulturwissenschaften in Berlin und in Wien studiert, war in der Forschung und Lehre sowohl an der Technischen Universität in Berlin im Bereich Medienpädagogik und Medienteorie, als auch an der Universität der Künste Berlin im Bereich Film- und Medienteorie tätig. Sie war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei diversen Veranstaltungsreihen der Akademie der Künste, unter anderem einer ganz großen Reihe zum Thema Zukunft Kino. Als freie Autorin schreibt sie unter anderem für die Berliner Zeitung und sie betreibt eine sehr umfangreiche Website zum Thema Zukunft Kino. 2008, und das war der Anlass auch für unsere Einladung, hat sie ein viel beachtetes Buch Zukunft Kino herausgegeben, das, wie die Berliner Zeitung schrieb, ein Standardwerk für alle ist, die sich Gedanken machen über die Zukunft der siebten Kunst und die Zeichen der digitalen Veränderungen, die sie sehen und verstehen wollen. Im selben Jahr, also 2008, hat sie eine Veranstaltungsreihe zu Zukunft Kino in der Akademie der Künste organisiert. Die war überschrieben mit Zukunft Kino, the end of the real world. Und zwei Jahre später gab es dann eine Fortsetzung, ebenfalls in der Akademie der Künste, unter dem Titel Digitale Kinematographien mit internationalen Gästen, Filmemachern, Kunst- und Kulturwissenschaftlern. Dass das Thema Zukunft Kino sehr, sehr aktuell ist und sehr breit diskutiert wird, zeigen sehr viele Veranstaltungen der letzten Jahre. Um ein paar zu nennen, an einigen hat Daniela Klug auch tatsächlich teilgenommen oder mitveranstaltet und mitorganisiert. Es gab 2012 ein Symposium in Berlin, 2012 in Baden-Baden, auch Zukunft des Kinos überschrieben, 2013 eine Konferenz in Paris, 2014 im Einstein Forum in Potsdam ein Symposium zum Erlebnisraum Kino, im April diesen Jahres Kino der Kunst überschrieben, in München. Im Mai diesen Jahres fand dann schließlich das 20. Internationale Bremer Symposium zur Zukunft ist jetzt Frage statt. Und jetzt treffen wir uns hier und werden hier weiterreden. Und ich möchte jetzt an Daniela Klug übergeben mit einer, wie ich finde, sehr netten Überschrift, die der SWR anlässlich eines Interviews mit Daniela Klug zu Berlinale gesetzt hatte. Das Kino ist tot, es lebe das Kino. Viel Vergnügen, interessante anderthalb Stunden. Ja, vielen Dank für die ausführlichen, einführenden Worte. Auch ich möchte Sie jetzt ganz herzlich begrüßen zu dieser Abendveranstaltung, die ja, wie schon gesagt wurde, im Kontext steht zu der Ausstellung von Yves Montand und Yves Marchand und Romain Meffre. Fotografien, die ja, vielleicht jeden Kino-Enthusiasten ein Stück weit in Melancholie versetzen. Aber auf jeden Fall Dokumente sind einer Blütezeit des Kinos, des US-amerikanischen Kinos in den 10er-, 20er- und 30er-Jahren. Und die ein Stück weit natürlich auch zeigen, wie das klassische Kino einmal ausgesehen hat in seiner Blütezeit. Das klassische Kino, vielleicht auch ein Kino, das auch als ein Kino der festen Form bezeichnet werden kann. Diese feste Form nun scheint es dabei zu sein, zu verlassen. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema des heutigen Abends. Orte des Kinos, Filmkunst und Filmerbe im Kino, im Netz und im Museum? Ja, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal kurz hier jetzt eingehen auf die Referenten, auf die Gäste. Vielleicht zunächst die Gäste aus Berlin. Stefanie Schulte-Strathaus, Filmwissenschaftlerin und Kuratorin und Co-Direktorin des Arsenals. Und vor allem aber Gründer und sitzt hier wahrscheinlich heute Abend besonders als Gründerin und Leiterin des Berlinale Programms Forum Expanded. Ein Forum, welches ja die Grenzen zwischen Film und anderen Künsten auslotet, beforscht und präsentiert. Dann zu meiner Rechten Nathalie Gravenor, Kuratorin, Autorin und Programmplanerin und Mitarbeiterin von Realize.de. Einer der avanciertesten VED-Dienste, die vor allem für den Arthouse-Filmbereich hier avantgardistische und innovative Ideen und Projekte entwickelt. Dann Gunter Deller, sicher vielen hier bekannt vom Film, vom Kinomuseum Malsehen in Frankfurt. Ebenfalls Filmemacher, Künstler, Regisseur und ganz außen zur Linken Stefanie Plappert. Sie ist Politologin und Theater- und Filmwissenschaftlerin, Kuratorin für das Filmmuseum hier in Frankfurt. Ja, jetzt würde ich also bitten, die einzelnen Gäste sich vielleicht in ihren Arbeits- und Tätigkeitsfeldern kurz vorzustellen. Ich würde sagen, wer beginnt? Ja, fange ich an, oder? Ja? Ich denke, ich vertrete zum Teil für das Deutsche Filminstitut, Filmmuseum, zum Teil auch aus dem Kontext meiner übrigen Arbeiten, eine vielleicht relativ klassische Position zur Frage nach der Zukunft des Kinos und nach den Orten des Kinos auch. Wenn wir nach den Orten des Kinos fragen, würde ich ganz klar sagen, der Ort ist das Kino. Und zwar als Raum gemeinsamen Filmsehens, als Ort öffentlicher Intimität, als Raum Erfahrung für den ganzen Körper, als Zufluchtsort, als ein Platz, wo man sich fallen lassen kann und sich auch verlieren kann. Ich würde die Ausgangsfrage nach der Zukunft des Kinos gerne umdrehen, ausgehend von der Tatsache, dass ich ans Kino glaube. Und fragen, was braucht das Kino, um eine Zukunft zu haben? Die erste schnelle Antwort, die mir dazu einfiel, sind vier Punkte. Unabhängig davon, wie dieses Kino in dieser Zukunft aussehen wird, braucht es auf jeden Fall relevante Filme, auf jeden Fall eine geeignete Projektionstechnik, also die Dispositive des Kinos, auf jeden Fall öffentlich zugängliche Räume und auf jeden Fall ein interessiertes Publikum. Diese Koordinaten werden hier in der Arbeit des Deutschen Filminstituts, Deutschen Filmmuseums, also auch in der Arbeit, an der ich in den letzten Jahren mitwirken durfte, in mehreren Abteilungen oder Bereichen vorbereitet oder aufbereitet. Eingehen würde ich jetzt gerne vor allem auf drei, auf das Filmarchiv, auf das Kino und auf das Museum, die Ausstellungen. Das Filmarchiv hat sich auf die Fahnen geschrieben, zu sammeln, zu bewahren und zu präsentieren. Es enthält 20.000 Filmkopien, ganz unterschiedliche Genre, genreübergreifende Filme, überwiegend Originalformate, also in überwiegenden Anteilen handelt es sich auch um Analogmaterial, zunehmend aber natürlich auch digitale Formate und DCPs. Dem Bereich Bewahren kommt es mit Digitalisierungsarbeiten seit mehreren Jahren nach auf der Seite der digitalen Materialien. Es werden allerdings auch Restaurierungsarbeiten am analogen Material vorgenommen und genauso wichtig erachtet. Der Bereich des Präsentierens wird über den nicht-kommerziellen Filmverleih, den das Archiv betreut, abgewickelt oder betreut. Und über regelmäßige DVD-Herausgaben. Es wird jetzt auch begonnen, Blu-Rays daraus zu machen. Ich habe die Archive vorgeschoben, weil sie das Material zur Verfügung stellen, das im Kino präsentiert werden kann. Das Kino ist, wie ich schon sagte, der Ort für den Film, der genuine Ausstellungsraum und hier im Haus speziell auch tatsächlich das Herz- und Kernstück des Hauses. Es liegt seit 1984 im Sockelgeschoss, bildet also sozusagen auch räumlich die Grundlage für alles, was obendrauf gebaut wurde, mit den Ausstellungen, mit Veranstaltungsräumen, mit allen Formen von Vermittlungsarbeit und spielt nach wie vor eine elementare Rolle in unserem Verständnis von Filmvermittlung. Die Aufführungspraxis soll so original wie möglich, also idealerweise in den Formaten, in denen Filme gemacht werden, erfolgen. Von Anfang an war der Ansatz, andere Filme anders zu zeigen und Filme im Zusammenhang zu zeigen. Das heißt, kuratierte Reihen zu unterschiedlichen Themen, Werkschauen, thematische Kohärenz sind die Stichworte, auf denen das Programm fußt. Daneben finden Filmfestivals statt, zum Teil hier, zum Teil an anderen Orten, Go East und Lukas, also das Kinderfilmfestival. Kooperationen mit städtischen und kulturellen Einrichtungen, also relativ viel, um Kino zu feiern, kurz-, langfristig und an anderen Orten. Ganz in diesem Sinne steht auch die jahrelange Reihe Kino an ungewöhnlichen Orten, wo an jeweils ausgewählten Orten dazu passende Filme im Sommer meistens Open-Air gezeigt werden. Der dritte Arbeitsbereich, auf den ich eingehen möchte, den ich zu Beginn auch erwähnt habe und der mir persönlich am Herzen liegt, weil ich in dem Bereich sehr viel gearbeitet habe, ist der Bereich Ausstellungen. Da gibt es im Haus unterschiedliche Experimente oder Versuche, Film auszustellen, mit Film, zu Film Ausstellungen zu machen. Es handelt sich um eine kulturhistorische Auseinandersetzung mit Film. Ein Beispiel dafür sehen wir hier, es ist ein kleines Kino, es befindet sich im ersten Stock, im ersten Teil unserer Dauerausstellung. Es bildet den Abschluss zu diesem ersten Teil, der sich mit den visuellen Medien des 18. und 19. Jahrhunderts auseinandersetzt. Und es zeigt ganz frühe Filme aus dem ersten Jahrzehnt des bewegten Bildes, entstanden zwischen 1895 und 1906. Also eine Kinosituation, die zugegeben digitalisierte, schwer zugängliche, selten gezeigte Filme präsentiert. Der zweite Teil der Dauerausstellung, in dem es um die grundlegenden Prinzipien des Erzählens mit bewegten Bildern geht, enthält eine ganz andere Form von Filmprojektion von Kinosituationen. Im Zentrum steht hier der Filmraum, also vier Leinwände in einer U-Form angeordnet, wie man sieht. 110 Filmausschnitte verdeutlichen die visuell-sprachlichen Möglichkeiten von Filmen ihre Einzelelemente. Im dritten Stock unseres Hauses befinden sich die Sonderausstellungen. Die aktuellste Filmtheater wurde auch schon ein bisschen was zugesagt. Noch nicht gesagt wurde, dass sich in ihrem Kern, also im Zentrum, tatsächlich ein eingebautes Kino befindet. Ein Kino, in dem zu bestimmten gesetzten Zeiten mittels eines Vorführers ist eine 35 mm Projektion aus zusammengeschnittenen, also kompilierten Wochenschauen gezeigt wird. Als zweites, hier sieht man auch noch den Projektor am langen Ende des Kinos. Beispiele aus meiner eigenen Praxis wären zum Beispiel die Sonderausstellung, die den Filmtheater voranging, die bewusste Halluzinationen, der filmische Surrealismus. Auch hier gab es, also das ist sozusagen der Einstimmungsbereich, mit Stillprojektionen auf begehbare Gaseleinwände. Das ist atmosphärisch zu verstehen. Bewegtbild kommt erst im Hauptraum ins Spiel. Da haben wir zur einen Seite die zentrale Installation auf mehrere semi-transparente Leinwände projiziert. Der Film Der andalusische Hund, also der zentrale Film des filmischen Surrealismus, der sich visuell in den Raum fortschreibt sozusagen. Und wir haben als Ansatz hierfür das Zusammenspiel von Filmen und Kunstobjekten, die vom Film, von der filmischen Form, von der filmischen Ästhetik beeinflusst waren. Wir hatten dem vorangehend eine Ausstellung, die jetzt in Berlin zu sehen ist. Wer da noch nicht war, kann das nachholen, lohnt sich. Fassbinder jetzt war der Titel. Es ging um die Beeinflussung zeitgenössischer Videokünstlerinnen und Künstler durch die Arbeiten, den Stil, die Handschrift Rainer Werner Fassbinders. Auch hier wieder Projektionen, in diesem Fall eine spezielle Twin von Runa Islam 1998, in der Kombination aus digitaler Projektion an den Längswänden und einer 16 mm Schleife, zwei Minuten lang die bekannte Kreisdrehung aus Martha, einem der Fassbinder-Filme, hat sie nachgestellt und in dieser Rauminstallation angeordnet. Eine weitere Form von Filmprojektion im Raum ist hier Mariam Jafri, Costume Party von 2005. Es ging da auch wiederum um eine zweiseitige Bewegung, zum einen zu gucken, wie hat Fassbinder die Videokunst beeinflusst, zum anderen aber auch umgekehrt zu schauen, welche Interpretationsimpulse diese Arbeiten für die heutige Fassbinder-Rezeption liefern können. Ich komme zum letzten Beispiel. Die Ausstellung Film Noir 2012. Das war im Prinzip eine sehr didaktische, ich sage es nicht gerne, war aber so, Ausstellung. Eine Filmanalyse in bewegten Bildern. Es ging darum, den Stil des Film Noir in unterschiedliche Kategorien, Momente aufzudröseln und die zu verdeutlichen über Leerleinwände. Da habe ich glaube ich ein paar Bilder, können wir durchgehen, genau. Also da ging es um Kameraführung, um Licht und Schatten, um Bildausschnitte, Bildgestaltung. In diesem Bereich hier, in diesem Bereich ging es um Erzählformen, Personen, Beziehungen, Konstellationen. Genau, die war sehr gut besucht, die wurde sehr gut verstanden und die weckte vor allem sehr großes Interesse für die Filme. Die Begleitfilmreihe, die im Übrigen Element oder wichtiges Element unserer Ausstellungen ist, über die gesamte Laufzeit gibt es immer eine Begleitreihe im Kino. Diese Begleitfilmreihe war wirklich gut besucht zu dem Zeitpunkt. Die Leute waren glücklich, diese Filme mal wieder sehen zu können und ich war glücklich, weil es meines Erachtens eine der wesentlichen Aufgaben für mein Arbeiten als Filmausstellungskuratorin ist. Henri Longlois hat einmal gesagt, also der Gründer der Cinematique Française, der Weg durch das Museum muss ins Kino führen. Und letztlich ist das, was ich als Aufgabe begreifen würde einer Ausstellungskoopatorin in diesem Bereich, die Begeisterung zu wecken für den Film im Kino, das Verständnis zu wecken für den Kontext, den die Filme, die man danach im Kino sieht, hatten und haben und den Boden zu bereiten für ein Verständnis oder eine Annäherung an Filmkultur. Ja, ich glaube, damit bin ich fertig. Ja, vielen Dank, Stefanie Plappert. Vielleicht jetzt das Wort an Guido Della. Ja, mache ich gerade weiter. Also, ich bin ja jetzt in der Doppelfunktion irgendwie ein bisschen hier, weil einerseits Kinobetreiber, das Malsehen Kino hier Frankfurt und Künstler, Filmemacher, ja, in beiden Funktionen. Zum Kino, die meisten werden es ja kennen, es ist ein gewerbliches Kino, wir machen so eine Art Arthouse-Programm, aber nicht so ein ausgewähltes Programm, dass wir jetzt jeder französischen Erfolgskomödie hinterherlaufen würden, sondern es ist ein sehr ausgewähltes Programm, anspruchsvoll, wir wählen sehr gut aus, viel Dokumentarfilme und ab und zu mal eben auch Filmkunst oder Experimentalfilm. Das ist ja meine Domäne, da bewege ich mich ja selbst auch drin. Es ist allerdings immer schwieriger geworden, also so ein Experimentalfilm-Programm zu platzieren in einem Kino, wie wir es machen, was halt doch in dem Arthouse-Segment verankert ist, letztlich doch und angewiesen ist, dass ein Film, den wir zeigen, wie letzte Woche A Girl Walks Home Alone at Night, dass da eine Kritik in Follioton ist, dass da eine gewisse Publikation, eine Resonanz da ist, damit auch Leute kommen. Jetzt ein Experimentalfilm-Programm da zu platzieren ist einfach ganz, ganz schwierig, selbst bei unserem Status, den wir haben in der Kinolandschaft. Das funktioniert meistens nur im Zusammenhang mit einem Filmfestival, wie zum Beispiel Lichter Filmfest kürzlich oder in Kooperation mit Kinothek Asta Nielsen zum Beispiel. Und da machen wir das gern, da können wir auch alle Formate noch spielen, 35mm, 16mm und digital natürlich. Ja, nur soweit mal zum Selbstverständnis des Kinos. Jetzt denke ich, dass ich glaube an die Zukunft des Kinos, ich glaube, dass das Kino Bestand hat, und dass die ganzen anderen Medien auch ihre Berechtigung haben. Ich glaube, dass das Kino gewisse Qualitätskriterien erfüllen sollte. Deswegen bin ich ganz skeptisch, was diese Upload-Cinema-Geschichten angeht. Und das ist natürlich ein ganz schönes Event. Aber ich finde, Kino ist Kino. Es ist der optimale Raum, um Filme zu rezipieren, um zu hören, um ein Bild zu sehen. Und da geht überhaupt nichts. Und da sollten auch bestimmte, man hat diesen DCI-Standard eingeführt, und man sollte sich auch an bestimmte Standards eigentlich halten. Als Filmemacher ist es so, dass ich meine Filme, ich bewege mich in der Tradition des Avantgarde-Experimentalfilms, habe also mit Analogfilmen angefangen. Ich drehe mit einer Bolex, die auf Super 16 umgerüstet ist, aber auch inzwischen digital. Ich habe meine Filme immer so begriffen, dass es Installationen sind, im Prinzip geschaffen für einen Kinoraum. Bildtonmontagen für einen Kinoraum. Also Kinoraum als ein künstlerischer Raum, als ein Kunstraum. Und so würde ich es auch gern begreifen in Kooperationen. Also ich finde, man muss sich annähern mit den Museen. Ich will Kunst bei mir im Kino zeigen und sehe da eine Möglichkeit, jetzt in Kooperation mit Museen, mit dem Kunstmuseum zum Beispiel, immer ganz schwierig da Filmreihen anzubieten, parallel zu einer Ausstellung. Das geht meistens auch in die Hose. Man muss einfach den Ort Kino als einen Kunstraum etablieren. Und da finde ich, sollte man Wege finden, indem man vielleicht tagsüber das Kino öffnet, um dort eine ganz bestimmte Arbeit zu zeigen, die eben ins Kino gehört. Bei mir ist es nun so, dass ich lange Jahre experimentelle Kurzfilme gemacht habe, die irgendwann mal nicht mehr angenommen wurden auf Festivals. Also ich hatte einen totalen Frust, habe gedacht, so, jetzt schicke ich nichts mehr. Habe einen Großteil meiner Filme auf Vimeo hochgeladen oder viele, eine Auswahl. Und habe mich so ein bisschen in den Galerienkontext ein bisschen umgetan, Kontakte geknüpft. Und es hat sich tatsächlich ergeben, dass ich vor zwei Jahren eine Einzelausstellung hatte im Forum 1822. Und daraufhin folgten zwei andere Ausstellungen noch. Also das ging jetzt alles so schnell. Deswegen kann ich jetzt aus zwei Jahren Erfahrung zwischen Kino und Galerie und Kunst ganz schön berichten. Was natürlich, was ich nie machen wollte dann, ist in eine Galerie zu gehen und einfach einen fertigen Film zu zeigen. Das ist langweilig, weil, wie gesagt, Film, Kino für mich. Galerie, neuer Raum, neue Denkweise, neuer Ansatz, neue Herangehensweise. Und habe quasi für jeden Ort ein neues Konzept entwickelt. Aber ausgehend aus den Filmen, die ich schon hatte oder die ich dann gerade gedreht habe, aber in Bezug auf diesen Ort. Deswegen zeige ich jetzt einfach mal drei Ausschnitte aus Ausstellungskontexten. Der erste Ausschnitt ist aus einer Ausstellung letztes Jahr in Dresden, im Albertinum, Stadtliche Kunstsammlung. Da hat eine äthiopische Kuratorin drei Videokünstler ausgewählt. Eine Italienerin, ein Äthiopier und mich. Und hat insgesamt 24 Kunstwerke aus der Sammlung mit uns, beziehungsweise erstmal uns vorgeschlagen. Eine viel größere Anzahl natürlich. Jeder hat acht Stück ausgewählt. Ich hatte zum Beispiel ein Rubens-Gemälde dabei. Und habe dazu ein drei- bis vierminütiges Videokunstarbeit gemacht. Und das hat dann jeder gemacht. Jeder acht Stück, insgesamt 24 Arbeiten, wurden in diesen Räumlichkeiten präsentiert. Im Albertinum, in einem kompletten Obergeschoss, was sehr großzügig war und wirklich eine tolle Präsentationsform war. Ich habe mich für acht Single-Channel-Installationen, Arbeiten entschieden, weil die Zeit war knapp. Und das ist alles innerhalb weniger Monate entstanden. Aber hier ist jetzt entscheidend, dass die Ausstellung sozusagen getragen wurde von einem kuratorischen Konzept. Also eine Afrikanerin geht nach Europa, guckt sich europäische Kunst an, sucht sich Videokünstler. Die machen was dazu im Dialog mit ihr. Aber wir hatten alle Freiheiten. Also ich hatte künstlerisch komplette Freiheit. Sie hat quasi erst kurz vor der Ausstellungseröffnung die Arbeiten gesehen. Und dann hat sie sie sozusagen in diesen Räumen arrangiert zu einer einzigen Installation. Also das heißt, das Spannende war, wie wirken jetzt die einzelnen Arbeiten im Kontext und wie kommunizieren die miteinander. Also das heißt, im Kunstkontext zu arbeiten, heißt immer ganz stark kuratorisch. Gut, ist im Kino auch. Kurzfilmprogramme müssen auch zusammengestellt werden. Aber da ganz stark Handschrift der Kuratorin, die natürlich das Ganze am Ende gruppiert und optimal präsentiert hat. Im Ausstellungskontext liefen jetzt die Sachen als Loop, drei bis vier Minuten. Jetzt habe ich aus diesen acht Arbeiten, ich meine, ich bin halt doch ein Kurzfilmmacher eher und sie sind schon auch so konzipiert, dass sie als Kurzfilme funktionieren. Loop ging auch, aber ich habe sie dann quasi mit einem Titel versehen, einen Abspann, sodass sie auch außerhalb der Ausstellung funktionieren. Am Ende wird das Gemälde eingeblendet, auf das ich mich bezogen habe und so kann man es auch in anderen Städten zeigen, losgelöst von dieser Ausstellung. Die zweite Geschichte war, gut, in der Ausstellung selbst habe ich sie auch als stumm gezeigt. Ich mag das nicht, wenn man in eine Ausstellung geht und Kopfhörer aufsetzen muss. Also ich fand es einfach, man sollte die betrachten können wie ein Gemälde und in der Kinofassung kam eben noch ein Soundtrack dazu. Dann die zweite Arbeit, also es sind immer nur kurze Ausschnitte, die man dann sieht, heißt Landungen und periphere Ziele, eine Drei-Kanal-Video-Installation. Und jetzt gerade kürzlich vor der Woche im Kunstverein war der letzte Tag der Ausstellung in New Frankfurt Internationals. Vielleicht hat es jemand gesehen. Also eine Art Videotriptychon, dass ich auch ausgehend von meinen Filmarbeiten der letzten 15 Jahre zusammengestellt habe. Die Filme sind so gebaut, dass man es auch zerlegen kann und habe sie sozusagen zerlegt auf drei Leinwände, sodass quasi was Neues entsteht. Das ist wie so eine neue Komposition, eine Stadtsymphonie, wo ich auch festgestellt habe, dass sie jetzt plötzlich viel besser teilweise funktionieren, weil diese Linearität der Erzählweise zu verlassen ist eine große Befreiung. Also ich kann drei Bilder parallel zeigen, ich kann ein Bild einbetten in zwei andere. Dazu, wie gesagt, auch drei kurze Ausschnitte und vor allem, man sieht auch die verschiedenen Formate. Also ich habe wirklich mit Super 8, 16mm, Super 16 und HD gearbeitet und das ist jetzt selbst in der digitalen Übersetzung noch spürbar. Und es ist auch hier in dem Fall eine Entscheidung mit der Kuratorin Lilian Engelmann, wo ich auch gesagt habe, okay, ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Was meinst du, Black Box, White Cube? Ich habe gesagt, ich bin ja eigentlich eher für Black Box, aber ich bin offen und mit einem guten Beamer. Und es waren drei sehr gute HD-Beamer, sah das auch in einem White Cube super aus und habe gedacht, ja klar, es sind Bilder, die in einem weißen, wunderbar funktionieren in einem weißen Raum und stehen für sich. Dann die dritte Arbeit war quasi die, die ich am Anfang erwähnte, im Forum 1822, meine erste Einzelausstellung. Da hatte ich wirklich absolute Freiheiten und das war ganz toll, weil ich konnte quasi den ganzen Raum benutzen, Schaufensterscheibe bekleben, also quasi die Schaufensterscheibe war schon Teil der Installation. Man ist nach drinnen gegangen, ich musste, hatte die Herausforderung eine Black Box zu machen und ein White Cube quasi. Also ich habe, die linke Hälfte war mit Fotografien ausgestellt und die rechte Hälfte war mit einem schwarzen Vorhang versehen und hinter dem Vorhang lief dann ein 16mm Projektor mit einem Loop. Dieser Film, den ich extra für die Ausschreibung gemacht hatte, 7 Minuten, aus dem, der lief natürlich da stumm, man hat ja den Projektor gehört, das ist ja eine Skulptur gewesen mit dem Projektor zusammen. Aus dem Film habe ich dann wiederum einen Kurzfilm gemacht mit einem Soundtrack versehen von einer Frankfurter Musikband. Und da sehen wir auch wieder Ausschnitte. Alles, wie gesagt, nur in kurzen Ausschnitten, nur dass man Eindruck bekommt, laufen jetzt diese drei Sachen hintereinander weg. Vielen Dank, Gunther Dellert, für diese sehr anschaulichen Beispiele einer Kunstform, die ja das Kino verlassen hat, unter anderem auch, wenn ich es richtig verstanden habe, weil eben der Experimentalfilm keinen Ort im Kino findet. Also sind Sie hinausgewandert in Galerien, in andere Orte, um Ihre Kunst einem Publikum vorstellen zu können. Jetzt hatten Sie auch erwähnt, eine Plattform ist ja auch Vimeo. Jetzt würde mich ganz kurz interessieren, wie wählen Sie die Filme aus? Also welche halten Sie jetzt für geeignet, auf so einer Plattform wie Vimeo, also im Netz, im Digitalen vorzustellen? Was sind da die Überlegungen? Vielleicht ganz kurz. Im Prinzip lade ich da alles hoch. Wenn die Ausstellung, als die Ausstellung vorbei war, habe ich sofort hochgeladen den Landungfilm, weil es ist für mich einfach eher ein Informationsmedium, dass ich jemandem sagen kann, guck da mal rein, kriegst einen Eindruck von meiner Arbeit. Und es ist klar, dass es natürlich in Natur alles viel besser aussieht. Das ist ja nicht Full HD. Ich akzeptiere, dass es einfach ein bisschen geringere Auflösung dann hat. Aber es erleichtert es einfach unheimlich in der Kommunikation mit anderen Galeristen oder Kuratoren. Und ansonsten ist es nicht so, dass sobald das Ding auf Vimeo steht, da tausend Klicks passieren. Also so ist es nicht. Also man muss wirklich auch dann was für tun und das mache ich nicht. Es ist sehr gezielt und das kann ich auch immer nachvollziehen. Man hat ja die Statistiken und so. Und es ist sehr überschaubar. Also es ist für Sie einfach eine zusätzliche Form, für Ihre Kunst zu werben, darauf aufmerksam zu machen, wenn sozusagen die Ausstellungen abgebaut sind und es keine Möglichkeit mehr gibt, sich einen Eindruck zu verschaffen. Ja, vielleicht jetzt zu Stefanie Schulte-Strahthaus. Das wird ganz gut anschließen hier. Gebe ich das Wort weiter? Ja, vielen Dank. Auch sowieso für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Ich habe, du hast eingangs gesagt, dass ich wahrscheinlich vor allem als Vertreterin und Gründerin von Forum Expanded hier bin, von der Sektion der Berlinale. Ich werde aber jetzt ein bisschen das so einführen, dass deutlich wird, dass Forum Expanded aus meiner Arbeit im Arsenal hervorgegangen ist und aus meiner Arbeit, aus meiner Kinoarbeit heraus. Das heißt, für mich liegen da die gleichen Grundannahmen und die gleiche Idee des Kinos zugrunde. Das erklärt eigentlich schon eine Menge. Dieses Bild ist aus, wir wissen es nicht genau, aus den frühen 70er Jahren. Das ist das alte Arsenal noch in der Welserstraße. Wir sind jetzt seit 15 Jahren am Potsdamer Platz. Damals gab es tatsächlich noch keine Videoprojektoren. Ulrich Gregor, der Begründer oder einer der Mitbegründer mit Erika Gregor und vielen anderen, war in New York und sah dort Videoarbeiten in einer Ausstellung. Er fand die extrem interessant unter durchaus für ihn als Filmhistoriker kinematografisch relevanten Gesichtspunkten. Sie stellten für ihn etwas dar, was für ihn und ich denke, unsere Arbeit bis heute im Arsenal sehr, sehr wichtig ist, nämlich Arbeiten, die das Kino und damit auch die Gesellschaft herausfordern auf unterschiedliche Art und Weise. Nun ging es einmal darum, diese Filme nach Deutschland zu holen. Das war damals noch nicht so einfach, obwohl damals das alte Arsenal war ja in West-Berlin und New York war häufig durchaus näher als der Osten des Landes. Aber es ging also nicht nur darum, diesen Transfer zu vollziehen, sondern eben auch Videoarbeiten in den Kinoraum zu holen. Und mangelnd Videoprojektoren, es gab natürlich mal die Idee davon, bat er alle Mitarbeiter, ihre Fernseher von zu Hause mitzubringen. Und die wurden dann aufgebaut in interessanter Weise auf Filmkartons. Die stehen da also auf 35 mm Filmkartons. Und links wunderbar Filmgeschichte, Eisenstein, unsere großen Bilder, die auch noch heute in unseren Kinos hängen. Also eine interessante Durchmischung der Medien und Filmgeschichte. Und er hat es geschafft, als Bastler, die alle so zu synchronisieren, dass alle auf jedem Monitor das Gleiche gesehen haben. Das heißt, von einem Player wurden alle diese Monitore bespielt. Und das war für ihn in dem Moment eine Kinoerfahrung. Und ich denke, das hätte sich durchaus durchsetzen können. Hat sich nicht durchgesetzt. Es gab ja dann irgendwann auch die Videoprojektoren. Aber ich denke, es spricht für eine ganze Menge... Es beantwortet in vielerlei Hinsicht eine ganz, ganz grundlegende Frage, die uns in unserer Arbeit bis heute maßgeblich begleitet. Begleitet nämlich die Frage, was ist Kino? Das ist ein Still aus dem Film vor Primera Vesse zum ersten Mal von Octavia Cortazar, ein kubanischer Kurzfilm, über ein Wanderkino, das in den 60er-Jahren durch Kuba in ganz abgelegene Regionen, Bergregionen geschickt wurde, um dort das Kino einzuführen, Filme an Leuten zu zeigen, die noch niemals einen Film gesehen hatten. Das war unter... Dahinter stand der Gedanke tatsächlich der filmischen Alphabetisierung. Und der Film dokumentiert das. Und in dieser Szene werden Kinder befragt, was sie glauben, was Kino ist. Und das ist also eine, wie ich finde, der klügesten Antworten überhaupt. Kino ist Film. Und diese Gleichung stelle ich sehr gerne voran, denn ich denke, Film existiert nicht ohne Kino, aber im gleichen Maß, und wir hatten ja heute schon zwei Bekenntnisse zum Kino, ich schließe mich dem an, auch wenn jetzt ein paar Dinge anders dargestellt werden, aber Film existiert nicht ohne Kino, aber im gleichen Maß, wie sich Film im Verhältnis zur Gesellschaft verändert, muss sich auch das Kino kontinuierlich verändern. Wir verstehen das Kino als eine Praxis, als eine gesellschaftliche Praxis und eine künstlerische Praxis. Und demzufolge wurde also auch der Verein gegründet 1963, auch als Folge im Prinzip dieser einfachen Gleichung. Denn 1963 wurde auch die Deutsche Kinemathek gegründet in Berlin, mit dem Ziel, ein Filmarchiv aufzubauen, die Sammlung von Günter Lambrecht zu Hause zu geben. Und es gab dann eben einige überwiegend in einem Filmclub Tätige, die unter ihnen, eben auch Gregors, sich zur Aufgabe gemacht haben, diese Filme auch zu zeigen, also die einfach die Meinung vertreten haben, ein Filmarchiv hat keine Funktion, wenn diese Filme nicht auch gesehen werden können. Und sehr schnell wurden aber längst nicht nur diese Filme gezeigt, sondern eine Reihe anderer Filme an vielen verschiedenen Orten Berlins, Akademie der Künste, aber auch zahlreiche andere über die 60er Jahre hinaus. Und bis dann, 1970, zur Gründung des Arsenals, wirklich der Verein hieß damals noch Freunde der Deutschen Kinemathek, eben in Anlehnung an die Deutsche Kinemathek, die gegründet wurde. Und das Kinoarsenal entstand dann später in der Welser Straße, das ist es nicht, das ist ein anderes Kino, in Johannesburg. Und dieser Film, das folgte dann in der gleichen Zeit, parallel dazu während dieser Jahre, ein Comeback Africa, ein Film von Lionel Rogozin, kam auf die Art und Weise dann sozusagen als Grundstein zu einer Filmsammlung, die sich dann noch, die dann heranwuchs zu Gregors, sag ich mal, weil ein Kollege des Regisseurs oder ein Mitarbeiter diesen Film versuchte, in Europa zu verkaufen. Das war, Comeback Africa wurde später zu einem ganz, ganz wichtigen Anti-Apartheid-Film, damals aber völlig unbekannt, keiner wollte ihn kaufen, er war erfolglos, aber er schleppte diese 35-Millimeter-Kopie durch Europa und fragte dann eben Gregors, ob sie was dagegen hätten, die Kopie aufzubewahren, weil er sie nicht mehr tragen möchte und sie hebten sie auf ihren Dachboden und kamen später auf die Idee, dass sie ihn ja auch in ihrem Kino zeigen könnten und fragten ihn, er war einverstanden und dann war das so erfolgreich, dass auch andere ihn zeigen wollten und dann fragten sie wieder, dürfen wir ihn auch anderen geben und so entstand die Idee des Verleihs. Das war also der erste Film, Comeback Africa, der im Arsenal seinen Ausgang nahm und dann auch Grundstein wurde der Verleih-Tätigkeit. Das alles hängt also ganz, ganz eng zusammen zu einem Verständnis von Kino als Praxis. Es folgte dann ein kleiner Skandal bei den Berliner Filmverspielen, die es ja schon seit den 50er Jahren gab. Der Film Okay von Michael Verhöfen wurde gezeigt und die Jury entschied, weil sie der Meinung war, er sei anti-amerikanisch, es ging um den Vietnamkrieg und zeigte die Vergewaltigung einer Vietnamesin durch amerikanische Soldaten. Die Jury entschied also, diesen Film nicht zu berücksichtigen und das nicht zu verraten. Und das kam aber doch an die Öffentlichkeit. Es gab einen riesigen Skandal 1970 und die Reaktionen waren so heftig, dass die Berlinale abgebrochen werden musste nach wenigen Tagen. Und da die natürlich sehr wichtig war als Ereignis in Berlin, hat man sie retten wollen und Gregor ist gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, für ein Jahr 1971 eine alternative Sektion im Rahmen der Berlinale zu veranstalten, die, ich verkürze es mal, das ganze Schwierige aufhängt, also das politische Kino, aber auch das experimentelle Kino, all das, was bis dahin keinen Platz hatte. Und dafür gab es dann zum ersten Mal Förderung öffentlich. Und das war so erfolgreich, dass es bis heute existiert. Das war also die Gründung des Forums. Und mit dieser Idee einher ging gleich vom ersten Jahr an der Gedanke, dass es nichts nützt, Filme auch genauso, wie es nichts nützt, sie nur im Archiv zu lagern, nur einmal im Festival zu zeigen. Filme müssen auch, oder sollten auch das Festival überleben und zugänglich bleiben. Und zu diesem Zweck haben sie sie Deutsch untertitelt und in Deutschland eben dann oder im deutschsprachigen Raum, auch Österreich und Schweiz, in die Kinos gebracht. Die kommunalen Kinos, die es ja dann auch bereits gab, haben jahrelang sich an den Forumsprogrammen orientiert und viele dieser Filme gezeigt. Und daraus entstand also eine Sammlung, die dann dem Comeback Afrika folgte und mittlerweile 10.000 Filme umfasst. Das ist hier ein kleiner Ausschnitt dieser analogen, also 10.000 analoge Kopien plus zahlreiche digitale mittlerweile, die also zum Teil eben diese Filme sind, die im Forum liefen, aber dann eben auch sehr schnell mehr wurden durch Filmemacher, die den Wunsch hatten, in ihre Filme im Umfeld dieser anderen Filme zu sehen und uns diese Filme deswegen gaben. Oder Filme, die vorübergehend blieben, um sie vor Diktaturen in Kuba, in Chile, in anderen Ländern zu schützen. Also es kam da ein Film, eine internationale Filmsammlung zusammen aus einer bestimmten Art des Verständnisses von Kino als Praxis, als eine gesellschaftliche Praxis. Und wir haben manchmal so die Fantasie, dass in diesen Filmarchiven diese Filme auch miteinander durchaus in einen Dialog treten und sich häufig auch selber kuratieren. Und das sieht man dann in unserem Kinoprogramm manchmal durch plötzliche Analogien, die wir gar nicht beabsichtigt haben, die auftauchen. Es gab ein Jahr dann, Ende der 90er, nee, Anfang 2000er, da hatten wir eine Einreichung zum Festival, also zum Forumsprogramm, ein Film an der koreanischen Künstlerin, Gina Kim, es hieß Gina Kims Video Diary. Und es war ein dreistündiges Video, Tagbuch, wo sie ganz eng mit der Videokamera sich selbst filmt, ein sehr, sehr, sehr intimes Porträt ihrer selbst. Und wir haben den lange Filme durchaus gewohnt, gesehen und dafür sehr gut befunden und eingeladen. und kurz vor der Premiere während der Berlinale kam sie dann zu mir und wurde ganz nervös und sagte, sie müssten mir jetzt gestehen, der Film sei gar nicht fürs Kino gemacht. Der ist für eine Ausstellung gemacht, der ist drei Stunden lang, sie hält das nicht aus und wir sollten dem Publikum sagen, sie können rein und raus gehen. Und das geht natürlich bei der Berlinale jetzt gar nicht. Die hatten alle Tickets ergattert, im Gegensatz zu denen, die draußen standen und ich habe gesagt, sorry, da musst du jetzt durch. Und das Publikum blieb bis zum Ende. Zwei, drei gehen ja immer raus. Sie selber war danach davon überzeugt, dass es sich um einen Film handelte und blieb auch Filmemacherin. Und für uns war das aber ein ganz wichtiges Ereignis, weil wir haben angefangen darüber nachzudenken, wer entscheidet das eigentlich, was ein Film zu einem Film macht oder zu einer installativen Arbeit. Ist das der Künstler, die Künstlerin? Ist das das Publikum? Sind das die Kuratoren? In wessen Macht liegt das? Und was sind eigentlich die Kriterien? Und dann kam es zu immer mehr Einreichungen, die offensichtlich aus anderen Bereichen kam als des Films, also aus der Bildung und Kunst. Und in vielen Fällen merkte man, die wollen das jetzt einfach mal versuchen. Da haben wir erkannt als Kuratoren, das funktioniert eigentlich nicht im Kinoraum, das ist eine Ausstellung, der Film ist aber, oder diese filmische Arbeit, ist aber, so wie damals Ulrich Gregor diese Videoarbeit in New York entdeckte, durchaus interessant und für uns ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu unserem Kinoverständnis. Und insofern hatten wir nur zwei Optionen, entweder diese Arbeiten von nun an aus zu schließen, einfach zu sagen, passt nicht in die Kriterien, ist zu Single Screen, zu lang, zu kurz, zu was auch immer, oder aber eine neue Plattform in die Berlinale zu integrieren, die das Kinoverständnis und das Kino, das wir im Festival präsentieren, um solche Arbeiten erweitert. Wir haben das getan und zehn Jahre lang nun schon an vielen verschiedenen Orten. Jetzt seit diesem Jahr haben wir zum ersten Mal ein Zuhause. Wir waren an ganz vielen Kunstorten, in Museen, in Galerien, in öffentlichen Räumen. Jetzt haben wir ein Zuhause gefunden in der Akademie der Künste. Da hatten wir einmal schon, auch vor ein paar Jahren, einen Teil der Ausstellung, unter anderem diese Arbeit von James Benning mit drei Leinwänden und da ist etwas passiert, was ich sehr interessant fand. Da habe ich danach in der Zeitung gelesen, ich weiß nicht mehr in welcher, das sei der beste Film der Berlinale gewesen. Und mich hat das sehr gefreut, weil ich daran gemerkt habe, dass wir etwas wirklich verändert haben in der Sprache, wie man über Film und über filmische Arbeiten im Ausstellungsraum spricht. Ich kann mich erinnern, im ersten Jahr 2006 hatten wir die Ausstellung in Kunstwerken in Berlin und die ich gut kannte und genauso gut kannte ich das Filmpublikum in Berlin und plötzlich bei der Öffnung habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, hier stimmt was nicht, irgendwas ist komisch, bis mir auffiel, ich hatte noch nie die Kunstwerke gesehen, so angefüllt mit Filmleuten. Das war also sozusagen die falschen Menschen am falschen Ort aus der Gewohnung, vor dem Hintergrund dessen, was ich gewohnt war. Das hatte sich inzwischen, also schon nach drei Jahren, sehr verändert und wie gesagt, selbst die Sprache der Kritiker hatte sich verändert. In der anderen Arbeit, die ich hier, wo ich das bei der echten, das ist ja ein Foto, ich leider vergessen habe, von Angela Militopoulos, gibt es drei Leinwände übereinander in der gleichen Ausstellung, die den Film auseinandernehmen in Ton, Sprache und Bild, also einmal nur Bild, dann hört man nur Interviews und auf der dritten Leinwände sieht man nur Untertitel, 60 Minuten lang und das, was früher mal immer vorgeworfen wurde, filmischen Arbeiten im Ausstellungsraum, dass sich keiner zu Ende ansieht, konnten wir 2009 schon nicht mehr bejahen, denn das Publikum blieb während der Berlinale für 60 Minuten und wenn sie die Zeit nicht hatten, kamen sie wieder. Hier sind wir noch ein Stück weiter gegangen, da sind wir zum ersten Mal auch in die Bild-Zeitung gekommen, die Berlinale geht baden und allerdings im selben Jahr waren wir auch sehr vertreten in der Kunstpresse, nicht nur deswegen, aber das ist eine Arbeit von Oti Sicker, der ja auch hier eine große Ausstellung vor einiger Zeit hatte und ein Film lief hier auch und das, er hat sehr viele Arbeiten gemacht, in denen er sozusagen Kino-Räume inszeniert und in diesem Fall geht es, also man hat sozusagen die, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es geht sozusagen immer um verschiedene physische, körperliche Positionen, die eingenommen werden müssen, um eine Kinoerfahrung zu machen, das sind die Kosmokokker-Arbeiten und in diesem Fall sieht man eben da oben Bilder und wir hatten, das war ein Liquidrom in Berlin, das heißt, das ist eigentlich so ein Wellness-Center und das Wasser ist warm und man kann darauf auch auf dem Rücken liegen, ohne, also es ist Salzwasser, ohne unterzugehen und es kam tatsächlich während der Berlinale 400 Zuschauer und gingen ins Wasser und hatten aber dann, und das war interessant, erwartet aus dieser Position oben wirklich einen Film zu sehen, man sah auch was, es sind diese Dia-Aufnahmen, die haben, das sind so, vielleicht haben, wahrscheinlich haben wir alle die Ausstellung gesehen, ich muss nicht allzu viel erklären, aber entscheidend ist jetzt, dass einige eben hinterher gesagt haben, das sei ja langweilig gewesen, was man da oben sah und nicht verstanden hatten, dass sie selber Teil dieser Kinosituation waren, denn es ging ja genau darum, diesen Kinoraum mit den Zuschauern darin zu gestalten. Das ist jetzt, da sind wir jetzt sehr weit gegangen, wir haben in einer anderen Ausstellung hier in einer Kirche, in der wir im letzten Jahr waren, St. Agnes, die heute, die oder auch damals schon gekauft worden war, von Johann König, dem Galeristen, eine Ausstellung mit in diesem Jahr sehr viel analogen installativen Arbeiten und in dem Jahr war das dann so, es war also im vergangenen Jahr, dass wir konstatieren konnten, dass es eigentlich nur noch in zwei Sektionen der Berlinale analoges Filmmaterial gab, das war Forum Expanded und die Retrospektive. Also das ganz Historische und das ganz Avantgardistische und ich denke, das hängt tatsächlich auch so eng zusammen, also auch Experimental und Stummfilm haben sehr viel Berührungspunkte und insofern ist natürlich eine Ausstellung auch geeignet, das mit zu reflektieren. Ich möchte jetzt noch mal auf unser Archiv zu sprechen kommen. Wir hatten dann vor wenigen Jahren die Situation, mit 10.000 Filmen konfrontiert zu sein und ähnlich wie dieses Still aus einem Film von Joyce Wieland, Handhunting, uns die Frage vorzusitzen und zu fragen, was machen wir jetzt mit diesem ganzen analogen Material? Unser 16mm Verleih war so gut wie zum Erliegen gekommen und wir sahen uns nicht in der Situation Förderung zu bekommen für eine Digitalisierung unserer Filme, denn es ist ein internationales Archiv und das Kulturerbe wird doch nicht überall, nicht in allen Ländern, aber in vielen und auch hier doch als sehr nationalstaatlich definiert und insofern ist es für uns so nicht möglich gewesen, abgesehen davon, dass es jetzt ohnehin relativ eine neue Entwicklung ist, dass es Geld gibt für Digitalisierung, aber eben dann erst mal für deutsche Filmgeschichte. Gleichzeitig war aber auch die Frage, wer entschwörte eigentlich, wenn wir das denn könnten, wer würde denn eigentlich darüber entscheiden, welche Filme zuerst digitalisiert werden und aus welchen Gründen und so weiter und unser Archiv ist ja entstanden durch ein Netzwerk von Menschen, die zusammengearbeitet haben über Jahre hinweg und wir haben gedacht, nur so können wir durch diese Geschichte hindurch, können wir die Filme in eine Zukunft bringen und haben das Living Archive Projekt ins Leben gerufen, für das uns viele erst mal, viele haben sich sehr gewundert, denn wir haben 40 Menschen eingeladen und da war kein Filmhistoriker dabei, also doch Filmhistoriker schon, aber keine Archivaren, Archivare, es waren Kuratoren, Künstler, Filmemacher, sogar Musiker, Theoretiker, die zwei Jahre mit und bei uns gearbeitet haben, wir haben die alle ausgebildet im Umgang mit Filmmaterial und die konnten Filme sichten und daraus Projekte entwickeln, irgendwelche Art, künstlerisch oder kuratorisch oder auch wissenschaftlich und die Filme, auf die sie gestoßen sind, die ihnen wichtig erschienen, haben wir dann versucht zu digitalisieren, zu restaurieren, die Rechte zu erneuern und das hatte mehrere Vorteile, wir haben darüber häufig Zusatzfinanzierung bekommen durch die einzelnen Projekte und hatten aber gleichzeitig auch eine Sichtbarkeit für diese Filmhistorischen Werke in einem Projekt, in einem gegenwartsbezogenen Projekt, künstlerisch oder kuratorisch. Das heißt also, viele Filme kann man digitalisieren, restaurieren, sie interessieren nicht unbedingt und dann legen sie wieder im Regal und so hatten wir eben gleich einen zeitgenössischen Zugang. Das war so eine dieser Veranstaltungen in dem Projekt, das ist im Kino, rechts unten steht ein Schneidetisch, übrigens der von Harun Farroki, den er uns, der auch teilgenommen hat an der Veranstaltung und Angela Melitopoulos und Konstanze Ruhm haben Filme aus der Sammlung dort am Schneidetisch gesichtet, mit der Kamera das abgefilmt und das auf die Leinwand übertragen. In dieser Szene allerdings sieht man das Publikum und Gregors und Anselm Franke, mein Kukurator, und mich im Filmlager sitzen und überall das diskutieren. Also es ist sozusagen eine Praxis, ein Schritt in die Praxis, um erstmal über Filmarchive zu sprechen. Das war auch eine Ausstellung, die in dem Rahmen gemacht wurde. Man sieht hier diese Stäbe von Martin Ebner in der Arbeit. Der hat Filme im analogen Zustand. Das ist rechts der Film Sailboat von Joyce Wieland. Da hat er wirklich die Schnittfolge auf so eine Art Leiste übertragen. Der vordere Film ist ein Film von Ernie Gier. Da hat er das digitale, den digitalisierten Film auf dem Monitor sozusagen, das, was dann entsteht, in der Zeitleiste genommen und das sozusagen visuell übersetzt zu einer Skulptur werden lassen. Also die totale Abstraktion, das sind hier Filme. Und gleichzeitig war es aber eben auch möglich, wie ich sagte, Filme zu digitalisieren und zu veröffentlichen, hier in einem Fall ein indischer Film, die nur über dieses Projekt finanziert werden konnten. Denn es stellte sich raus, während des Projekts tatsächlich, dass wir sehr, sehr viele Filme haben in der Sammlung, die durch diese Praxis des Kinos nur bei uns überlebt haben. Also dadurch, dass wir sie deutsch untertitelt haben und dann in dem Moment, wo man das weiß, hat man natürlich eine ganz andere archivarische Verantwortung und wir sind jetzt in der Lage, eben über eine Mittelakquise in diesem Zusammenhang, die zu digitalisieren und zurückzugeben an die Länder, aus denen sie auch herkamen. Das war einer dieser Filme. Das war ein anderes Jahr, Forum Expanded, in einem ehemaligen Krematorium, Leviathan, der Film, der andere Leviathan, es gibt ja zwei, den man sozusagen auseinandergenommen mit Einzelsequenzen unten liegend auf Kissen betrachten konnte. Aber eigentlich zeige ich dieses Extrem jetzt nur noch mal, um deutlich zu machen, dass man sehr weit aus dem Kino heraustreten kann, um am Ende das Kino neu verstanden zu haben und auch wieder ins Kino zurückzukehren. Wir haben nach wie vor, das ist unser Foyer und das sind unsere klassischen Kinoseele, die wir auch noch mit großen Ehrgeiz und großer Liebe betreiben und die, glaube ich, auch deshalb ganz gut gefüllt sind jeden Abend, weil wir diesen Diskurs reingeholt haben ins Kino und das Kino verlassen haben, um es neu zu verstehen und dann zurückzukehren, aber mit einem veränderten Blick auf das Kino. Ja, vielen Dank. Stefanie Schulte-Stratus. Ich möchte da ein Stichwort aufgreifen, nämlich das Stichwort der kulturellen Praxis, was erwähnt wurde und fragen, ob, ja, wie könnte man jetzt das rückbinden an die Online-Kultur? Also welche Veränderungen sind da wahrnehmbar in der Rezeption, in der Erfahrung von Film, vom Publikum aus gesehen jetzt? Also wir hören ja gleich noch hier einen wichtigen Beitrag dazu und wir haben keinen eigenen VOD-Channel, keine eigene VOD-Plattform, aber ein Channel, aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen und das sehe ich auch als eine dieser Erweiterungen. Also für uns ist das in keinster Weise irgendeine Bedrohung oder Konkurrenz. Es ist viel mehr, ich habe diese am Eingang erklärt, wie Verleih, Forum, Arsenal entstanden sind, nämlich immer aus einem Handlungsbedarf heraus. Es war immer ein Mangelspürbar, irgendetwas funktioniert nicht in der Kinopraxis oder im gesellschaftlichen, öffentlichen Umgang mit Film, unserer Meinung nach. und da setzen wir an und wenn überhaupt würde ich unsere Aufgabe jetzt durch das Internet und die scheinbare Verfügbarkeit von allen Filmen, ist ja nur eine scheinbare, so als etwas sehen, was uns auffordert, in dieser Unübersichtlichkeit wieder tatsächlich zu kuratieren, schneisen zu schaffen, einen Diskurs einzuführen. und etwas vorzuschlagen, ohne das aber dogmatisch zu tun. Und das heißt, unsere Aufgabe ist, eine Spezifik wieder herauszuarbeiten und das Ganze auch anzudoggen wieder an eine Lebensrealität, an eine Gesellschaft. Und das können wir durch unsere Arbeit im Kino. Ja, vielen Dank. Dann jetzt angesichts der fortgeschrittenen Zeit endlich das Wort hier an Nathalie Gravenor zum Streaming und VOD. Das war ja jetzt schon mehrfach als Stichwort hier gefallen. Ja, bitte. Ja, auch von mir noch mal ganz herzlichen Dank an das Filmmuseum für die Einladung. Ich vertrete die Video-on-Demand-Plattform RealizeTV. Die meisten kennen wahrscheinlich Video-on-Demand durch Dienste wie Netflix. Da kann man entweder ein Abonnement abschließen oder auch einzeln als Stream- oder Download-Filme sich im Internet angucken. Ich bin auch froh, dass das unter dem Motto Orte des Kinos läuft, weil wie man jetzt hier gleich sieht, also Kino ist für uns auch ein ganz wichtiger Referenzrahmen in allen Ebenen. Also unsere Firma kommt auch aus der Kinopraxis. EYZ Media hat 1994 bis 2004 in Berlin vier Arthaus-Kinos betrieben. Wir können jetzt keine Rezepte geben, aber unsere Plattform ist eigentlich so ein fortwährender Diskurs. Wie kann man irgendwie so das, was Leute sich vom Arthaus und anspruchsvollen Kino erwarten, nämlich auch so in die Handschrift, die Kuratierung, dass man so ein bisschen, dass man weiß, okay, wenn ich in ein bestimmtes Kino gehe, dann kann ich auch irgendwie so ein bisschen den Geschmack der Filmemacher vertrauen. Die wollen mir irgendwie was Interessantes, Neues bieten. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwie so, man spult das, was gerade irgendwie so von den großen Verleihen kommt. einfach nochmal raus. Andererseits, das Internet bietet einfach wirklich so tolle Vorteile. Klar ist es nicht alles im Netz verfügbar, aber doch eine ganze Menge. Man ist unabhängig von bestimmten Rezeptionszeitvorgaben und man kann auch irgendwie so die Techniken des Internets benutzen, wie zum Beispiel Suche und dass man so anhand von bestimmten Begrifflichkeiten Sachen finden kann, um sich ein Programm so nach eigenen Wünschen zusammenzustellen. Das ist ein Prozess, der längst nicht abgeschlossen ist. Vielleicht können wir die Seite ein bisschen runterscrollen. Also wir versuchen schon auf der Startseite so ein bisschen Anhaltspunkte zu bieten, was die Leute, also hier zum Beispiel Originalfassung, das ist ja auch irgendwie so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Filme auch, gut, die DVD bietet die Möglichkeit, viele Kinos, aber inzwischen gibt es auch Kinos, in denen doch hauptsächlich synchronisierte Fassungen laufen. Das sind hier einfach so Empfehlungen von Sachen, die bei uns neu gekommen sind. Stichwort Festival, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deswegen sehen wir uns auch nicht in Konkurrenz, dass das Kino mal aufgehört wird, sondern wirklich als Ergänzung und auch Verstärkung der Möglichkeit des Kinos und deswegen arbeiten wir auch gerne mit Festivals zusammen, weil ein Festival ist ja ein bestimmtes, Kinoerlebnis in einem abgestolztenen Zeitraum, was mit denen, aber das ist leider immer weniger eine Garantie, dass die Filme auch nachhaltig im Kino verfügbar sind und wir versuchen durch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Filmfestival Cottbus, dem Achtung Berlin Filmfestival, das ist ein Berliner Filmfestival, das Filme aus, über Berlin präsentiert und auch so ein bisschen zu diesem, also gut, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein neuer Stil ist oder mehr so ein Medienhype, aber dieses German Mumblecore, aber das haben die wirklich sehr gefördert, dass die Filme aber auch irgendwie nach dem jeweiligen Festival verfügbar sind und anzusehen sind. Vielleicht können wir noch ein bisschen weiter, wichtiger Fokus natürlich auch deutscher Film, verstärkt auch von jüngeren Filmemachern, Dokumentarfilm ist auch ein wichtiger, also eigentlich das, womit wir angefangen haben, wir haben eigentlich erst, unser Schwerpunkt war zuerst Dokumentarfilm, als wir 2009 die Plattform gegründet haben, aus dem praktischen Grund, dass damals 2009, also die größeren Verleihe, die auch Spielfilme hatten, einfach gegenüber VOD noch sehr, sehr misstrauisch waren, die Dokumentarfilme waren offener dafür und die Spielfilme sind eigentlich erst im Laufe der Jahre dazugekommen, als auch die Offenheit gewachsen ist. Hier ein paar Klassiker. Also neben dem deutschen Kino finden wir auch Österreich ein sehr spannendes Filmland und haben das jetzt, auch weil wir gemerkt haben, dass wir auch irgendwie sehr viele Nutzer aus dem Raum haben, dass wir jetzt das einfach auch mal irgendwie auch so in der Vielfalt jetzt auch ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen. Ah, da können wir mal, hier Medienkünstler, also zu unserem Katalogschwerpunkt, das Arthouse ist ja irgendwie ein ziemlich weiter Begriff, das kann alles von der französischen Komödie, über die Gunther gesprochen hat, bedeuten, beziehungsweise, man kann auch das Art sehr wörtlich nehmen und auch künstlerische Positionen mit Bewegtbild versuchen abzubilden und das tun wir hier auch. Wir haben sehr viel an die 30 Filme von Harun Farrocki neu dazugekommen, sind jetzt durch Kooperation mit dem Sixpack-Verleih in Österreich Filme von Kurt Krehn und Vali Export, das wird noch weiter ausgebaut, Mara Matuschka, Michael Brintrup und demnächst werden Filme von Zanzibar über Revoir online gehen. Vielleicht können wir dann auch auf die Channel-Seite gehen? Channel ist, glaube ich, das dritte, ja. Also um auch eine weitere Möglichkeit zu geben, wieder so ein bisschen die kuratorische Stimme im Internet abzubilden, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen, unter anderem, vielleicht kann man noch ein bisschen hochscrollen, gleich oben links, lieber runter, Entschuldigung, runter. Ja. Gleich oben links ist der Zugang zum Arsenal-Channel und das sind andere und sieht man auch die anderen Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind auch Institutionen, Labels, Verleihe, die schon auch irgendwie so für eine gewisse Handschrift und für ein gewisses Selbstverständnis von Filmen stehen und denen geben wir gerne einen Raum, ja, um einfach auch irgendwie so inhaltliche Schneisen zu schaffen. Noch mal zu dem, also Wechselwirkung zwischen VOD und Kino, also ich denke, VOD kann einfach nur ein weiterer Ort des Kinos sein, es wird für mich, es ist einfach für uns total wichtig, dass wir immer in Wechselwirkung stehen, weil ohne Kino würden wir auch irgendwie, da würden viele Filme ihre bestimmte Identität gar nicht haben und gar nicht interessant, erst interessant sein für die Menschen, die bei uns zu sehen und wiederum wollen wir auch wieder in die sozusagen ins Kinogeschehen eingreifen. Deswegen haben wir 2013 bereits auch auf unsere Verleih-Tätigkeit zwischen der Kino-Tätigkeit und der VOD-Tätigkeit und eigentlich auch im Fortwähren haben wir auch einen kleinen Verleih, der auch Dokumentarfilme und Autorenfilme herausgebracht hat. 2013 haben wir das dann irgendwie noch stärker mit dem VOD-Betrieb verzahnt. Der Film hieß Drama Consort von Dorothee Wenner. Das ist ein, ja gut, Doku-Fiction wäre ein Wort, was sie vielleicht nicht schätzen würde, aber das trifft es eigentlich über drei negerianische Geschäftsmänner, deren Businesspläne in einer Ausschreibung gecastet wurden, die nach Deutschland eingeladen wurden, sind für die Kontakte hergestellt wurden. Aber das war nur der Rahmen, alles andere wurde dann, wurde sonst nichts weiter inszeniert, alles andere wurde dokumentiert, also wie die drei Nigerianer halt irgendwie in der deutschen Geschäftswelt aufgenommen wurden. Und jetzt seit April diesen Jahres haben wir das zweite Projekt Art Girls, was auch für den Kontext aus dem zweiten Grund relevant ist, das werde ich dann auch gleich mal sagen. Art Girls ist ein Spielfilm, aber in dem versucht wird, Videokunst und Installationskunst narrativ einzubetten. Wiederum wurden auch Anregungen für die Narration aus den künstlerischen Arbeiten bezogen. Der hatte jetzt zwar offiziellen Kinostart am 9. April, ist aber jetzt nicht so in dem klassischen Rahmen, dass er jetzt irgendwie so sechs Wochen durch die Kinos tingelt und dann höchstwahrscheinlich verschwindet, sondern er ist eigentlich auf jeden Fall bis September, Oktober verfügbar, damit die Kinos halt die Möglichkeit haben, den Film dann einzusetzen, wann er passt. Wir haben verstärkt kommunale Kinos angesprochen, die einfach auch gar nicht so diesen Wochenrhythmus haben, sondern vielleicht gucken können, ja okay, jetzt diesen Monat passt er nicht, aber wir machen im Oktober eine Filmreihe über Kunst und Kino und da würden wir ihn gerne zeigen. Also dass es halt auch diese Freiheit für die Kinos gibt, den Film einzusetzen, wann es gut im Programm passt. Vielleicht können wir mal kurz den Trailer anschauen. Noch ein bisschen, noch mal nach oben, bitte. Trailer kommt auch schon so ein bisschen zur Geltung, dass installative Arbeiten auch in dem Film eine große Rolle spielt. Ich bin 40, ich bin pleite, ich habe gerade mein Pitchwork-Patenkind und Hadi ist auch wieder abgegangen. Eigentlich brauchst du keinen irreversiblen Effekt, sondern eine Galerie. Alles, was sich in Bewegung setzt, muss durch die Kopfchen durch. Was ist das, Laurens? Wo sind wir? In einer Kunstaufstellung. Warum hast du eigentlich keinen künstlerischen Erfolg? Ich? Wer sagt das denn? 96. Was misst denn deine Magicbox? Sie misst Möglichkeiten. Super. Was ist das, was ich machen will? Kunst, die wirkt. Ich glaube, deine Kunst wirkt. Welche Auswirkung ihre Kunst hat, ist Nikita doch scheißegal. Sie hat die Sonne blau gemacht. Blau! Katastrophenkunst. Keine Panik! Das ist Kunst! Tja, die Normalität erlischt weltweit. Kunst, Kunst. Ich bin Wissenschaftler. Ich habe keine Ahnung von Kunst und du auch nicht. Du bist wunderbar. Das ist die Kommandante. Musik 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 Der Film wird natürlich so weit es geht. In Deutschland gibt es ja Fensterregelungen, aber wir versuchen das vorzuziehen, dass der Film wirklich sobald es geht auf VOD verfügbar ist und ich glaube am 24. Juni läuft er auch immer sehen. Mal sehen. Es gibt eine Premiere für Frankfurt mit Robert Bramkamp und ich glaube, da sind einige Gäste geplant. Ja, ja. Ja, also das ist so viel dazu. Unser Verständnis von VOD und wie das halt irgendwie so mit dem Kino, also Kino ist einfach unerlässlich für unsere Arbeit und wir verstehen uns halt absolut nicht als Konkurrenz, sondern wirklich als ein Teil des großen Gefüges. Es soll halt ein Ort sein, in dem man Filme rezipieren kann. Ja, vielen Dank, Nathalie Gravino von Realize. Jetzt habe ich noch eine Frage daran anschließend und zwar, es ist ja nicht nur eine Plattform für Video on demand, sondern sie arbeiten auch auf eine neue Art mit Regisseuren und Künstlern zusammen. Vielleicht können Sie da noch was sagen zu diesen, ja, zu der Produktionsphase oder zu der Kooperation mit Filmemachern. Also zum Beispiel, also Art Girls ist eigentlich so das erste Mal, dass wir vielleicht so ein bisschen früher, also normalerweise arbeiten wir mit auch mit jungen Nachwuchsfilmemachern, also wir sind jetzt, waren da bisher nicht in den Produktionsprozess involviert, aber wir müssen oft Letters of Intense schreiben, wenn junge Filmemacher zum Beispiel Förderung beantragen. Heutzutage wird ja wohl auch erwartet, dass es jetzt irgendwie ein ausführliches Auswertungskonzept gibt, zu dem Kino, aber auch DVD und VOD gehören. Also das freut uns, dass wir schon irgendwie bei vielen irgendwie so präsent sind und dass wir dann auch gefragt werden, dass wir da so Teil ihrer Auswertungsstrategie sind. Und bei Art Girls waren wir, also wir haben zum ersten Mal 2011 von dem Film gehört, als er noch in der Produktion war und da war es eigentlich klar, dass wir mit Robert Bramkamp, also da haben wir schon überlegt, wie wir das Auswertungskonzept machen. Und es war dann auch von vornherein klar, dass er auch irgendwie was Alternatives machen wollte im Kino und auch mit VOD zusammen begleiten zu dem Film. Das ist dann auch entstanden, weil Robert Bramkamp den Film schon so ein bisschen auch als, ja, als Art Position und Alternative zu, also wie er zumindest empfindet, wie Filme in Deutschland teilweise nach sehr starren Mustern entstehen. Er hat den Film auch als Lehrbeispiel genommen für einen Onlinekurs, der einen Monat vor Beginn des Films online gegangen ist. Das ist, glaube ich, der ganz rechte Tab. Genau, also es sind acht Lektionen hat er, also anhand der Filmproduktionen dann zum Beispiel irgendwie so ausführlich über die Computeranimation. Wir haben ja einen kleinen Eindruck bekommen von dem Fernsehturm, der umkippt, also wie die Effekte entstanden worden sind über die Tonmischung, die ziemlich ungewöhnliche Arbeit mit den Schauspielern, weil es irgendwie kein festes Drehbuch gab, der etwas abgewandelte Montageprozess, also jetzt nicht, dass der irgendwie so die Dreharbeiten abgeschlossen waren und dass dann danach die Montagephase war, sondern das war teilweise geplant, teilweise war auch in verschiedenen Örtlichkeiten gedreht worden, dass dann irgendwie bereits nach Abschluss einer Drehphase an einem Drehort dann auch schon geschnitten wurde und die Erfahrungen und Erkenntnisse daraus dann in die nächste Drehphase geflossen sind. Ja, vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Themen und Zugangsweisen zu unserem übergeordneten Thema für heute Abend. und jetzt würde ich gerne Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum annehmen. Wer möchte hier einen Beitrag leisten, eine Frage stellen, Anmerkungen machen? Es gibt auch ein Saalmikrofon, habe ich mir sagen lassen. Also, Sie sind herzlich aufgefordert. Ja, wenn da im Moment noch nichts kommt. Ja, doch, bitte hinten links. Ich komme aus der, ursprünglich aus der arabischen Ecke, aus Bagdad. Also, ich meine Jugend war Bagdad eine Kinostadt, sozusagen. Leider in den letzten Jahrzehnten gibt es kaum Kinos noch. Auch die Gebäude wurden zu irgendwelchen Speichern oder so, aber selbst in Ländern wie Marokko, das viele Filme produziert relativ, gibt es kaum Kinosäle in den Städten, habe ich festgestellt. Meine Frage, gibt es von hier aus, also von Deutschland, ist jemand bekannt, irgendwelche Projekte der Zusammenarbeit, um sozusagen das Kino in diesen Ländern zu beleben, wollte ich mal fragen, ob da jemand, was bekannt ist, ob man da irgendwelche Projekte auf die Beine stellt, um da auch hier etwas zu machen. Wir haben eine enge Kurve, wir haben eine einzige Partnerinstitution, die wir auch als solche benennen, um genau das zu stärken. Das ist die Simatec in Kairo, die schon vor Beginn der Revolution eigentlich ihre Arbeit aufgenommen hat, aber jetzt erst im Juni ihre Türen öffnen kann, durch all das, was in letzten Jahren passiert ist. Und zwar im Zusammenhang mit einer Konferenz oder einem mehrtägigen Workshop-Treffen mit einem Zusammenschluss arabischer alternativer Kinos. Das ist neu, da passiert aber eine ganze Menge im arabischen Raum natürlich immer sehr eingeschränkt wieder. Die Simatec ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns, weil wir dort mit Grundsatzfragen, was Kino ist, auf eine Art und Weise noch mal konfrontiert werden, die ich finde, von denen wir sehr lernen können. Da werden ganz, ganz fundamentale Fragen, zum Beispiel die des Kuratierens. Wann wird Kuratieren zur Zensur? und so weiter werden diskutiert und für uns, uns gibt das sehr viel, da sozusagen uns mit diesem Diskurs auseinanderzusetzen. Also es gibt, ich habe jetzt kurz den Faden verloren, was soll ich sagen, es gibt diese Konferenz, es gibt aber gleichzeitig halt diese unglaublichen Schwierigkeiten, die Kollegen in der Simatec machen, die mehr oder weniger identische Arbeit, die wir in Berlin im Arsenal machen, mit dem Unterschied, dass sie jeden Tag dafür verhaftet werden können. Und das ist natürlich eine komplett andere Voraussetzung. Umso mehr, muss ich sagen, bin ich beeindruckt, wie sie beispielsweise dieses Haus jetzt, also mit welcher Energie, in welcher Ernsthaftigkeit, in welchem Nachdenken in einer solchen Situation das Kino dort entsteht. Unter anderem wird dort von vornherein DCP und analoge Technik, Projektionstechnik zur Verfügung stehen, 16 und 35 und auch ein analoges Labor in einem Produktionszusammenhang. Also ich finde, das, was dann dabei rauskommt, ist uns in vielen Fällen weit überlegen. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel in Kairo. Das erste Arthouse Cinema hat dort vor einem Jahr eröffnet, auch in Kairo, Sawyer. Und in Marokko gibt es auch viele Initiativen, auch in einigen anderen Ländern. Aber es ist, finde ich, an der Zeit, den Blick, unser ganzes Kino, unser ganzes westliches Kino-Verständnis ein bisschen zu bewegen. Hier ist bei Ihren Beiträgen jetzt insgesamt aufgefallen, dass es sich eigentlich um die ganz klassische, also wenn man über die Zukunft des Kinos nachdenkt, über die ganz klassische Frage, die ja schon recht weit zurückreicht bis in die 70er Jahre, wie kann ich andere Filme anders zeigen? Das heißt also, Sie haben gesagt eben, Kino ist Film. Natürlich ist es das. Aber Kino ist auch, wenn ich mir jetzt da oben das Foto angucke und auch die Ausstellung von Mephre und dem anderen Fotografen, dann ist es ja auch vor allen Dingen ein Ort. Das heißt, es ist ein Ort, der erstmal ganz unabhängig davon existiert, was für Filme gezeigt werden, wie die Programme laufen. Das heißt also, das ist auch das, was im Durchschnittsbewusstsein der Zuschauer oder auch des verlorengangenden Publikums, und da habe ich eben auch die Frage meines Vorgängers verstanden, dass das ja ganz im Sinne dieser berühmten Formulierung von Roland Barthes, wenn ich an Kino denke, denke ich zuerst an Raum, an Saal als an Film, wobei man natürlich noch die Außenerscheinung eines Kinos mit berücksichtigen kann. Ist das jetzt ein Zufall, sozusagen, wenn man über die Zukunft des Kinos, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch über den Ort selber und auch als architetonischer, als stadträumlicher Ort im Zentrum einer Stadt nachdenkt, gehört das nicht eigentlich auf jeden Fall mit Ihnen ein oder ist das, muss man das so eng führen in dem Sinne? Weil ich finde, das ist für mich eigentlich eine relativ alte, ich habe selber mal in einem studentischen Kino mitgearbeitet und ein Programm gemacht, das ist immer noch auf der Ebene, wie kann man sozusagen zum Mainstream-Kino andere Filme anders zeigen? Und das löst sich dann auch ab, natürlich ist durch die neuen Medien von dem Ort, von dem klassischen Ort Kino, aber müsste man nicht genauso intensiv darüber nachdenken, wie man diesen Ort, auch jenseits eines Filmmuseums, was eine sehr singuläre Sache ist, aufgreifen. Und dann noch eine zweite Bemerkung, was mir auch aufgefallen ist, dass das Kino, das ist eine spezifisch deutsche, glaube ich, Haltung, dass das Kino sozusagen den Ort des Kinos, den klassischen Ort verlässt, in den Kunstraum geht, um sich zu nobilitieren, um sich aufzuwerten. Also wenn ich mir überlege jetzt, die Veranstaltung würde unter dem Titel stehen, die Zukunft des Theaters, die Zukunft der Oper, würde niemand sozusagen erstmal über Inszenierungen reden, von wem auch immer, sondern würde erstmal über den Ort nachdenken, sozusagen, ja, also wo kann die, die Oper ist an ein Haus gebunden, ein Opernhaus, Theater genauso. Also das sind für mich so Fragen, die komischerweise beim Kino immer dann eng geführt werden. Oder ist das für mich eine falsche Wahrnehmung oder, ja, ich hoffe, ich habe das gerade gemacht. Ja, also in der Tat fehlte heute so ein bisschen, da würde ich Ihnen zustimmen, eine Stimme hier auf dem Podium als Vertreter sozusagen von dieser Blickrichtung. Wir sind aber jetzt heute Abend spezialisiert gewesen, vielleicht eher, ja, man könnte sagen, auf so Konvergenzfelder, also wo sich sozusagen das Alte mit dem Neuen verbindet, um, ja, einen Blick auch in Richtungen zu wagen, die vielleicht irgendwie vielen noch nicht so bekannt sind. Die Fragen, die Sie gestellt haben, haben, denke ich, nach wie vor eine Berechtigung und vielleicht gebe ich einfach ein Stück weit hier auch ans Podium noch mal die Frage in der Endrunde quasi, ähm, dass man davon ausgeht, dass Kino als Ort, also der klassische Kinoort eben eine zentrierte Erfahrung ist. Wir haben den dunklen Raum, wir haben das Soziale, wir haben das Schweigen, wir haben die feste, ähm, Zeitkonstante. Also all diese Eckpunkte, die im Online-Bereich, ja, wie soll man sagen, sich vielleicht auch aufweichen, im Galerienbereich ja auch. Ich kann also entscheiden, ich als Zuschauer kann entscheiden, wann ich und wie ich etwas rezipiere. Aber ich denke, vielleicht ist es eine gute Schlussfrage hier fürs Podium noch mal, wo Sie die einzelnen Gäste hier die Stärke sozusagen für den klassischen Ort des Kinos sehen. Soll ich einfach anfangen? Ja? Ähm, ich sehe tatsächlich die Stärke, das greift so ein bisschen auf Ihre Frage zurück, auch wenn Sie natürlich recht haben, dass aus der Vision des Filmmuseums, also des ehemals kommunalen Kinos, das natürlich auch eine gewisse Traditionslinie verfolgt, die sicherlich nicht übertragbar ist auf alle anderen Verhältnisse. Aber ich sehe die Stärke, das Kinos ganz sicher im Raum, im gemeinsamen Film sehen, idealerweise, im gemeinsamen Film diskutieren, im Anschluss vorneweg, im gemeinsamen Nachdenken über Film und eben, wie ich eingangs ja auch schon sagte, in dieser auch körperlichen Erfahrung, die meines Erachtens einen großen, wenn nicht den Unterschied zu der Sichtung am PC, die wir ehrlicherweise natürlich auch alle machen müssen, aber da auf jeden Fall bietet. Und ich würde gerne noch anfügen zu Ihrer Analogziehung zwischen dem Theater und dem Kino und der Überlegung, die im Theater eben nicht stattfinden würde. Also in der Oper würde ich Ihnen ein Stück weit recht geben, im Theater ist es nämlich gerade nicht so. Da gibt es genauso den Bereich der Performance und die der Überlegung, inwieweit auch das Theater und sehr viele Stadttheater machen das ja auch gerade in den letzten Jahren raus muss aus der eigenen Bastion und sich öffnen muss für eine Stadt, für Themen, für politische Fragestellungen auch. Und das ist ja vielleicht auch genau das, was sozusagen die diskutierten Ansätze, die wir jetzt hier hatten, vor allem die Schnittstellen zur Kunst, zur Verortung, als gesellschaftliche Praxis auch, was die das auch machen. Und aus meiner Perspektive würde ich einfach sagen, klar, wir kehren immer wieder ins Kino zurück, aber ich finde den Blick auf die anderen Versuche, auch erfolgreichen Versuche natürlich, den finde ich wichtig, weil das meines Erachtens sozusagen die Öffnung auch zu einer Zukunft für das Kino bedeutet. Also bei mir, das Malsehen-Kino ist natürlich als Ort inzwischen seit 30 Jahren dermaßen präsent und etabliert und eigentlich auch unverrückbar. Also das Kino ist so verknüpft mit diesem Gebäude, mit diesem Ambiente, mit diesem Kaffee, das Foyer ist ja ein Kaffee, mit diesen hohen Holzdecken, mit dem Ganzen, dass man an der Bar die Karten kauft, dass man vorher oder nachher noch ein Glas Wein, Kaffee trinken kann, was auch immer. Also das ist mit diesem Ort so verknüpft bei uns, das lässt sich gar nicht trennen und das Kino ließ sich auch gar nicht woanders hin transferieren, wenn wir jetzt zumachen müssten. Und wenn ich zum Beispiel meine eigene Filmerfahrung oder Filme, die ich gesehen habe, mir vergegenwärtige, dann sind die auch immer mit dem Ort verbunden, an dem ich so gesehen habe, sehr häufig. Also ich kann mich wirklich genau erinnern, wo, in welchem Kino, auch viele existieren gar nicht mehr. Also der Ort ist selbst, wenn ich den Ort des Kinos jetzt verlasse, wie ich zum Beispiel jetzt auch plane dieses Jahr, weil ich sozusagen diese Videokunstschiene tatsächlich außerhalb des Kinosaals machen will, beziehungsweise vielleicht teilweise im Kino und dann nach außen gehen will. Wir haben im ersten Stock so einen kleinen Raum, da hängt ein Beamer, wir haben eine kleine Leinwand, da passen 20 Leute rein, müssen aber auch, wir können sie auch freiräumen. Also es ist ein wunderbarer Ort, in dem momentan eigentlich eher so der Emma-Piel-Abend einmal im Monat stattfindet, so ein Club-Abend, den wir auch ab und zu mal vermieten, aber den ich tatsächlich etablieren will, so als kleine Videogalerie, wo dann einmal die Woche einfach einen ganzen Abend lang einfach eine bestimmte Arbeit läuft und man weiß, da gibt es eine Eröffnung, einmal im Monat gibt es dann diese Arbeit zu sehen. Und zwar immer Dienstag, was weiß ich, 19 bis 22 Uhr. Und das sollte sich etablieren und deswegen, und auch wieder verbunden quasi mit dem Ort, das Café und das komplette Ambiente als eine Einheit, als ein komplettes Paket sozusagen. Ja, oder man könnte sich auch vorstellen, im Kino sozusagen die Eröffnung zu machen, einen längeren Film von der Künstlerin, dem Künstler zu zeigen und dann noch eine Videoarbeit oder die gleiche Arbeit dann als Loop, je nachdem, je nach Arbeit. Also das lässt sich irgendwie ganz flexibel gestalten. Naja, wir sind ja sozusagen außerhalb des Kinoraumes, aber trotzdem, also der Kino als Raum und Ort, das ist ja der Ort, wo wir uns, ja, so der praktisch irgendwie unsere Arbeit inspiriert. Wir stehen auch ohne jetzt die Eigenständigkeit des virtuellen Raums irgendwie zu schmälern. Wir stehen aber auch als Verlängerung und Verstärkung des Kinoortes zur Verfügung. Also Wechselwirkung ist einfach für uns irgendwie so der, also irgendwie so der wichtigste Prozess dabei, also zwischen dem virtuellen und dem Kinoraum. Also ich muss jetzt kurz widersprechen der Aussage, dass hier auf dem Panel diese Positionen nicht vertreten waren oder welche Positionen das eigentlich, vielleicht, ich weiß, was gemeint ist, aber ich habe ja am Ende vorhin gesagt, wir haben, ich betreibe zwei Kinos. Zwei Kinosäle und zwar nicht Unbekannte und die sind sehr, sehr gut besucht und im Filmhaus am Potsdamer Platz und die vernachlässigen wir keineswegs. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass die so gut besucht sind, hat natürlich zu tun mit einem Programm, für das ich jetzt, was ich so sagen kann, weil das maßgeblich meine Kolleginnen machen und ich mittlerweile weniger, was sehr stark ist, aber durchaus auch durch diese intensive Auseinandersetzung mit der Frage, was Kino ist. Und das ist keine Frage, die uns aus dem Kino rausbringt, sondern die unser Kinoverständnis anregt und auch unsere Kinolust anlegt. Und der Ort ist dann sehr, sehr wichtig. Also auch Forum Expanded bei der Berlinale ist nicht nur Ausstellung, sondern auch findet auch im Kino statt. Es geht um das rein und raus und dass wir auch raus müssen und uns bewegen müssen. Ich denke, das hat einfach zu tun mit der Zeit, in der wir leben. Also Kino und eben, und das war die Gleichsetzung zwischen Kino und Film, die mir sehr wichtig war, dass Film immer gemessen wird an einem Verhältnis zur Gesellschaft und wurde und historisch. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das Kino muss das auch und das ist in Bewegung. Und auch ganz wichtig, wir haben jetzt sehr, sehr viel Erfahrung mit der Präsentation von Bewegtbildern im Ausstellungsraum und haben uns oft gefragt, was ist da eigentlich mit dem Ort und sind dazu gekommen, irgendwann zu sagen, Also ich finde, jede einzelne Installation hat immer noch insofern ihren Kino-Raum oder sagen wir mal nicht Kino, aber ihren Raum, es ist Kino, weil man auch, wenn man eine Installation betritt, betritt man den Ort einer filmischen Erfahrung. Es kann auch akustisch sein, ja, das kann, das kann durch eine bestimmte Atmosphäre sein, die diesen abgezirkelten, ja immer räumlich begrenzten Bereich, in dem eine Installation zu sehen ist, auch wahrnehmbar ist. Das heißt, man betritt einen Erfahrungsraum und der muss nicht unbedingt eine Blackbox sein. Es gibt aber durchaus sehr viele und nicht nur historische Filme, die in der Blackbox sehr gut aufgehoben sind. Und das wurde ja auch schon, gerade in der Geschichte der Avantgarde, strukturellen Filme, sehr viel thematisiert, bevor dieser ganze Diskurs losging, indem das Dispositivkino immer wieder hinterfragt wird. Aber ich glaube, man darf diese, solche Entwicklungslinien nie, das kennen wir auch aus der Musik und den Schallplatten und so weiter, nie so linear sehen. Es ist nicht ein lineares Narrativ, sondern es ist eine, wir müssen wirklich, und deswegen war ich sehr dankbar für den Hinweis, weil wir häufig, gerade in der Zusammenarbeit mit dem arabischen Raum, sehr schnell Gefahr laufen, davon auszugehen, da finden jetzt, oder sollten jetzt Prozesse stattfinden, die einfach nur später stattfinden und uns folgen. Und das ist keineswegs der Fall. Ich denke, da gibt es ganz, ganz wichtige Prozesse, die stattfinden, die das, was wir in der Gegenwart machen, noch mal hinterfragen und unsere eigene, linear stattgefundene Geschichte vielleicht auch noch mal hinterfragen. Ja, ich denke, deutlich geworden ist, dass wir eine Filmkultur haben, die sich bewegt, die sich verändert, eine Filmculture in Transition. Und auf dem Weg dieser Transformationsprozesse gibt es sicher auch neue Formen der Identitätsentwicklung für das Kino, ohne dass man sich von den alten Formen verabschiedet. Also ich denke, wir hatten hier jetzt ein reichhaltiges Angebot an Gedanken. Und angesichts der fortgeschrittenen Zeit, denke ich, verabschieden wir uns jetzt, zumindest an dieser Stelle. Aber es gibt sicher noch die Möglichkeit, draußen oder im Foyer in Kontakt zu kommen, Fragen zu stellen, Anmerkungen zu machen. Ich bedanke mich jedenfalls an dieser Stelle erstmal ganz herzlich für alle hier auf dem Podium und natürlich auch beim Publikum für ihre Aufmerksamkeit. Und im Anschluss gibt es jetzt auch noch einen Film, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Zuvor aber wohl eine viertelstündige Pause, um sich irgendwie ein bisschen zu stärken und wie gesagt, vielleicht auch noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank. Ja, ganz kurz noch vielen Dank auch von unserer Seite, von meiner Seite. Und Frau Klok hat es gerade schon gesagt, es gibt jetzt in der Tat sowohl eine kleine Pause, eine Viertelstunde oder 20 Minuten, wir müssen noch umbauen, als auch dann im Anschluss um 20.30 Uhr CT noch eine analoge Projektion eines analogen Films, nämlich Three Little Words, ein Fred Astaire Musical. Und das Besondere, warum wir diesen Film auch ausgewählt haben, ist nicht einfach nur, dass es eine analoge 35mm Kopie eines tollen Musicals ist, sondern, dass es eine Technikolor Kopie ist, die in ihrer Farbbrillanz zumindest einfach nochmal zeigen soll, jetzt auch am Ende von einer Diskussion zu Zugflift des Kinos oder dessen, was Kino alles kann, als Raum, in dem Filme gezeigt werden, als Ort, um zu zeigen, was es eben möglich macht. Und deswegen diese schöne Technikolor Kopie und die schöne Vorführung. Und dazu laden wir Sie auch sehr, sehr herzlich an. Jetzt aber erstmal die Pause.